Ich muss ins Bett, ich habe auch Gäste, du wolltest doch gerne Geräte ausprobieren, dann machst du das nicht. Pupst doch da mal rein, dann habe ich ein bisschen Angst, dass es so laut wird, wenn du wieder Ohren hast. Dann hast du erst Rücken und dann noch Ohren, dann kommt eine Lungenentzündung dazu und dann komme ich ins Hospiz. Ich weiß es nicht, was du willst, wenn du da gerne bist. Ich muss einfach eine sagen. Ich weiß doch nicht, wie ich die in der Friede bin. Was hat der Hund für eine? So hoch und so. Gitarristen wollen immer A. A, gut, immer A. Mistik's Road Mistik's Road Aber die haben beide einen anderen Turnart immer, ne? Ja, das hat sich auch gesehen. Ist die Turn, das war Kwietsch und die Dopp-Zill. Und die möchtest du hier sehen? Oh, jetzt Kwietsch von alleine. Hast du die Ziele? Die Kwietsch? Ich bin natürlich sozusagen der Spitzentest. Genau. Ohne, dass es jetzt anfängt zu pifen. Aber das willst du ja gar nicht wirklich, ne? Rote jetzt. Ein A. Was? Gebt's noch ein A? Wir sollen ein A spielen, weil wir gucken, ob das Kwietsch. Jetzt spielst du ja von alleine schon mal. Der Sound ist noch nicht sauber. Du musst dann weiter denken. Was spielst du jetzt? Mit dem A, ja? Ja. 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 Jetzt spielst du ja vom Miet, mal marketed Musik 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 Amen. Amen.